Hermine, Prinzessin Eus ältere Lünie, wurde als Verwitwirt der Prinzessin von Schöneich Karoleth, die zweite Ehefrau Wilhelms II, im Dorner Exil. Familie Hermine wurde als vierte Tochter von Heinrich der 22. Fürst Reus ältere Lünie und der Fürstin Ida, einer geborenen Prinzessin zu Schaumburg-Lippe, geboren. Im Alter von drei Jahren verlor Hermine ihre Mutter. Die Vollendung ihrer Erziehung erlebte sie im Haus der Großherzogin Luise von Baden. Der Tochter Kaiser Wilhelms I., Prinzessin Hermine Reusse L., heiratete am 7. Januar 1907 den Prinzen Johann Georg von Schöneich Karoleth. Aus dieser Verbindung gingen fünf Kinder hervor, darunter auch die Tochter Henriette, die später mit ihrer Mutter in die Niederlande kommen durfte. Johann Georg starb 1920 an Tuberkulose. Kaiserin Hermine Anfang September 1921 stürzte im Park von Schloss Sabor ein Flugzeug mit zwei Männern an Bord ab. Dabei handelte es sich um den Piloten Antonius Raab und den US-amerikanischen Journalisten Siegfried Dunbarweyer. Bei diesem Absturz handelte es sich um ein Täuschungsmanöver, denn Weyer war Korrespondent des Internationalen News Service und wollte herausfinden, ob die Gerüchte, dass sich der abgedankte Kaiser Wilhelm II. Punkt mit der Schlossherrin vermählen wolle, stimmten. Hermine Reus bat die beiden Männer wie erhofft ins Haus, wo er ein Foto von Wilhelm II. auf dem Klavier entdeckte. Er fühlte sich in seinem Verdacht bestätigt und publizierte die Meldung, dass das Paar seine Hochzeit plane. Diese Pressemeldung soll den ehemaligen Kaiser in Zuckzwang gebracht haben, der sich daraufhin vier Wochen später mit Prinzessin Reus verlobte. Am 5. November 1922 heiratete die Witwe Hermine den ebenfalls verwitweten früheren deutschen Kaiser Wilhelm II. Wilhelm II. war gegenüber Hermine erfürchtiger und liebenswürdiger, als er es bei seiner ersten Frau Auguste Victoria gewesen war. Hermine führte ein strenges Regime im niederländischen Exilordhaus Dorn und kümmerte sich auch um die Verwaltung des Hauses. Der frühere Kaiser und Hermine legten in Dorn großen Wert auf Etikette. Deshalb wurde sie nach der Hochzeit mit kaiserlicher Hoheit, nach anderen Zeugnissen auch mit Majestät angeredet. 1929 gründete sie das Herminenhilfswerk, das sich um Menschen in Not kümmerte und während der großen Arbeitslosigkeit der Weltwirtschaftskrise in der Weimarer Republik starken Zuspruch fand. Vor und nach 1933 hatte Hermine einen regen Kontakt zu monarchistischen und nationalistischen Kreisen. Sie förderte solche Organisationen und beteiligte sich politisch am Geschehen in Deutschland. Besonders von Hermann Göring erhoffte sie sich die Wiedererrichtung der Monarchie. Sie arrangierte in den Jahren 1931 und 1932 dessen zwei Besuche in Dorn. Die Machtergreifung Hitlers begrüßte sie sehr. Allerdings war Hermine eine große Verehrerin des jüdischen Schriftstellers Jakob Wassermann und hatte alle seine Werke gelesen. Sogar nachdem diese von den Nazis verboten worden waren, sprach sie davon, wie sehr sie Wassermann schätze. Nach dem Tod Wilhelms II. 1941 kehrte Hermine zu ihrem Wohnsitz zurück dem Schloss in Sabor im Landkreis Grünberg in Schlesien. Vor der Roten Armee floh sie bei Kriegsende 1945 zu ihrer Schwester nach Roslau im Harz. Nach der Festnahme durch die sowjetische Besatzungsmacht musste sie in Frankfurt an der oder unter Aufsicht leben. Sie starb 1947 an Herzversagen und wurde im antiken Tempel des Parks von Sanzosse in Potsdam beigesetzt. Die von ihr gewünschte Beisetzung in einem Sarkophag neben Kaiser Wilhelm II. in dessen Mausoleum in Dorn kam nicht zustande. Beisetzung founder Beisetzung Feld 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 consistently Spiel Feld